Am 25. Februar startete auf Vox die 20. Staffel Ab ins Beet, in der auch der 2023 überraschend verstorbene Ralf Ender zu sehen ist. Seine Lebensgefährtin Conny meldete sich zum Auftakt zu Wort. Ralles Partnerin Conny war an der Seite ihres Mannes neben Ab ins Beet in Einmal Camping, Immer Camping, die Urlauber und Jetzt oder nie, wir packen's an zu sehen. Auf Instagram kommentierte sie einen Beitrag zum Ab ins Beet Start. Der offizielle Facebook-Account postete, Heute beginnt das Frühlingsdoppel am Sonntag. Um 18.10 Uhr startet Einmal Camping, Immer Camping in die neue Staffel und im Anschluss beginnt Ab ins Beet mit neuen Folgen. Den Teaser repostete Conny in ihrer Instagram-Story. Dazu schrieb sie, Ich freue mich, dich heute Abend wiederzusehen, mein Schatz. Wenn auch nur kurz und im TV. Ich vermisse dich so sehr. Verständlich, dass Conny noch immer unter dem Verlust von Ralle leidet. Deine Bis zum nächsten Mal.